und damit willkommen zu einem neuen part von mario kart 8 deluxe online mit dabei sind kater simon und blade und bevor es hier losgeht möchte ich euch kurz mal eine kleine spannende runde zeigen so dann wollen wir mal ja ich ich habe sogar einen team der da ist das ab gar bis die zug fünfter vierte sogar jetzt sogar weiter ich gucke mir mal diesen heftigen typen an ja der ist direkt vor mir ja da könnte ich es schaffen ich bin dritter ich glaube ich schaffe es sogar erst mal die unter 10 5 zu bekommen aber was ich hätte so fall gefahren das gab elf leute ihr habt euch wahrscheinlich nicht die europäische championship in mario kart angeschaut mehr haben wir nicht ich hab elf leute die die joshik kombination gefahren haben und einer der was anders gefahren hat der andere und der eine der das andere gefahren hat hat gewonnen ja ein franzose und wieder kann da habe ich diesmal schaffe ich sogar und hatte fünf fahrt zu kommen aber der fall setzt wird dritte ich denke auf jeden fall beim ersten am arsch wirtwörtlich hoffentlich kriegst du zwei roter ja jetzt nur eine hupe es müssen wir an starry kommen sonst kommt doch immer ein starry und jetzt wollen wir keine rote ich kann anschauen was der vereistet hat nein warum habe ich nach hinten geschossen die wollte das nicht die wollte nach vorne um dich treffen dennis ok blauer der plattform buch steifen stehen da hat eine banane als zweites item ich krieg nur eine münze wenigstens noch fünfter sind sie noch fünfter bleiben dann ist alles in ordnung wirft das item am besten wenn er genau durch das top item drüber ja mach ich auch player stop oh jetzt zwei rote der wird nach der wenigstens bin ich nicht hoffentlich bin ich über galaxy miner hoffentlich dennis ist Platz 1 ok dann nicht boah ey ich weiß nicht ob ich diese diese stricke einfach mal mit reinschneide ich habe keine ahnung weil das war jetzt dann doch eigentlich ganz spannend ich habe extra schon auf aufnahme gedrückt hahaha achte nein neunte bin der neunte das war spannend das war sehr sehr spannend gg lahm 3000 falls das jemand sehen wirst ja die runde die bin ich gerade eben gefahren und ich dachte mir ach komm ich schneide die einfach mal mit rein weil es war doch sehr sehr spannend bis eben am ende und das hat eigentlich ganz gut gepasst kata ist glaube ich noch in der warteschlange aber blade und simon sind schon mit drin daher habe ich jetzt in den part schon direkt richtig gestartet und dann wollen wir mal loslegen der lahm 3000 der wird sich vielleicht jetzt ein bisschen rächen weiß ich nicht gucken wir mal ich hoffe mal der der ist friedlich du bist gut gefahren und jetzt sind wir hier mit der u-bahn unterwegs ist auch nicht ist ja auch nicht ist ja auch sehr nett wie war es bei ihm wirklich schön das war wirklich schön ich hoffe ich denke im schnitt daran dass ich das ein bin das wäre ein bisschen belastend wenn ich das jetzt hier vergessen hätte sonst muss ich ausnahmsweise mal heute mal schwein Mario Kapaz schneiden oder so und nicht am donnerstag ja da ist er schon wieder auf den ersten platz und ich bin wieder hinter ihm Uh, bin vierter ich bin genau hinter dir Dennis und die Banane war Asi da konnte ich nicht entkommen ich habe ihn getroffen ich habe ihn getroffen hab noch zwei rote nice ich der fünfter ist der sechster ich liebe solche bette zwischen so zwei die beim vorne sind alles klar geben bummerang gib mir ein auf dich der neunter der neunter der neunter der neunter komm nicht gegen die u-bahn danke der zwölfte kann mich ruhiger noch in den groten panzer an drücken oder so so der der zweite das ist dieser mit den 9000 punkten das ist der joshida der hat jetzt eine rote bekommen ok eine rote ist abgeprallt an der u-bahn sehr schön ich habe noch eine abweiten danke game dass du mich nicht driften lässt aber es kommt bestimmt auch ein Stachy was auch irgendwie gerecht wäre weil er hatte ja auch letztens so ein Stachy abgekommen der hat äh äh das Opfer ich bin zu elfter jetzt ich sehe nichts warum bekommt ihr hinter mir einen Stern und einen Kugelseni ok ich habe eine rote geklaut und dann kommt eine blaue ahja ok aber ich hab ich hab super viel um den joshi abzuwerfen mir wurde eine münzee klaut schön ohja ja das war ich ja bitte schön kannst die nächste rote gleich haben ich bin einfach 11 ich bin einfach 11 oh den ja fragt mir 11 oder ich bin es ich hab echt ich hab ich deine grüne war schon 80 genug ich bin es fünfter oh das tut mir irgendwie ein bisschen leid der Alarm 3000 so zuerst äh die erste runde die ich jetzt noch mit reingeschnitten habe war Flughafen also Flugzeug dann U-Bahn jetzt Autobahn also andauernd Transportmitte hier jetzt kommt als nächstes Kalimari Wüste mit dem Zug so unser Erzgegner fährt da vorne ja ich hab dich überholt ich bin zweiter ja mal gucken wie lange oh schöner Traum zweiter dritter hinter Blade tschüss Simon fünfter schönen Windschatten ja das Windschatten ist verdammt gut gib nochmal Windschatten danke Blade danke 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 tschüss äh alles fünfter warte ja schade ich dachte das trifft dich noch so abgehalten haben was gutes wenigstens bin ich jetzt neuntag sehr schön ach du heiliger ich hab drei Pilze und bummerang bekommen wow und das auf Platz 3 das ist stark ich hab den lahmtyp wieder getroffen ich muss auch um wen getroffen haben Luigi hat sich gefreut ja mich wahrscheinlich oder mich mit ner grünen auf jeden Fall so Buhu einsetzen oh schöne Arbeit an uns rote Panzer oh mein Gott der rote ist gerade genau an mir vorbei äh an wir töten gefühlt alle Autos gerade komm als ob wie viele rote hatte der Typ gerade wie viele grüne hatte gerade der Typ ich hab gefühlt durchstehen stehren oder du ne wenig ich bin jetzt ein bisschen konzentriert ich hasse das ich hasse das so viel ich brauch nen Schock gib nochmal nen Schock am Ende oh yes dritte Strecke in Folge erster ja so macht man das oh yes oh yes oh yes huu ne ich werd fünfter wahrscheinlich ja fünfter what are you good er hat noch alles probiert mit seinen zwei roten vielleicht hat er auch eine dritte abgeschickt die vielleicht gegen ins Auto oder so gefahren ist ich bin der Achte yay huuuh 20 Punkte sehr sehr schön gefällt mir so Tokio das ist jetzt ne nicht so lange Strecke da muss ich jetzt da muss jetzt alles gut funktionieren da will ich auch meine vierte Runde in der Folge erster werden aber irgendwann ist die Glückssträne auch vorbei eigentlich ja guck mal oh erstmal gegen die Wand fahren erstmal gegen die Wand fahren so macht man das was kriegen wir? Banane ok zumindest irgendwas zum Abwehren Lahm 3000 ist da direkt vor mir mit da vorne ist auch noch Blade ich bin knapp hinter dir Blade hat ne rote das gefällt mir nicht ich habe eigentlich auch eine rote und ich achte auf dich ja ich habe Lahm get... nein da bin ich voll in seine Dings reingefahren nein rote nein nein ok das war es wohl mit erster Platz aber es ist nicht so schlimm das war glaube ich sogar meine rote das kann sein weiß ich nicht wow was war ich was war ich denn da zu sagen ach na roma game Pianja Pflanze ok nehmen wir mal mit oh oh ich war gerade im Itemfeld drinnen und ich hatte gerade Pilz und Stern ich habe irgendeinen random getroffen mit dem Item was ich verloren habe schön wenigst bin ich jetzt siebster sechster welcher Platz bist du ich bin zweiter und ich kann damit dir gerade nichts anfangen was ich bekommen habe komm komm ne nicht gut es war ein bisschen aufwunden aber sonst ich hätte mich mehr über rote gefällt naja das rote bringt ja auch nichts mehr ab ja naja muss ich mich mal mit dem zweiten Platz zufrieden geben ist auch in Ordnung nein oh mein Gott ich hätte dir fast verspielt ich habe dich da jetzt noch kurz gesehen naja zweiter Platz ist auch ok sind auch noch ein paar schöne Pluspunkte ich wollte rechts so auch auf ich wollte rechts so im Nakito noch geholt werden aber ich bin gegen die Wand vom Ziel gefahren 19.400 haben wir sehr schön ah jetzt hier rein ins Mario Kart Stadion ist ja auch nicht verkehrt aber ok ne ich war vor den vor diesen 9000er also von daher bin ich eigentlich auch mit dem zweiten Platz zufrieden und hey wir haben jetzt die 19.400 600 Punkte noch bis zu den 20.000 ob wir das dieses Jahr noch hinkriegen ich weiß es nicht werden wir mal sehen wenn es jetzt so gut läuft wie die letzten Male dann kann das gut möglich sein aber es kann ja auch so sein dass es auch die nächsten Male wieder ganz schlecht funktioniert dass wieder viele Minuspunkte kommen und so man weiß es ja nicht man weiß es ja nicht hier ist der Yoshi eigentlich noch da weil ich sehe keinen Yoshi auf der Karte ähm der ist genau neben dir ach so oh und einer fährt rückwärts ne doch nicht das sah fast so aus ah ja da ist er ja hallo oh oh die Bombe war knapp blaue ja ja oh Blitz ja gut die blaue ist aber trotzdem noch zu weit in her gib mir ein Pilz gib mir ein Pilz yeah schadet rum schadet rum schadet rum ich mach auch nicht letzter Gruß das ist doch nicht wahr ich kann meinen linken Stick funktionieren nicht mehr machen das ist natürlich nicht so gut was krieg ich denn für Items komm jetzt bin ich draußen nein 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 komm Pumarang und du solltest doch irgendwie das oh man oh ach komm ich hab noch meine Bombe zuerst eingesetzt und natürlich hat er zwei rote auf Platz 2 bekommen es ist in Ordnung wenn ihr euch da hinten bekriegt dann habe ich Chance wieder ranzukommen ach was hab ich genug ach so kommt eben ich hatte einen Pilz aber es liegt kein Pilz hier was ist denn das für eine Frechheit jetzt kommt eine rote von Luke komm man oh du kannst schön Platz 1 haben du kriegst die blaue ab ach die 1-wissig-Kriege sind aber auch echt nicht gut trotz kann ich damit ein bisschen was anfangen doch go 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 oh nein ich hab oh ne ich hab aus Versehen den Pilz eingesetzt das wollte ich gar nicht nein 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 das ist so unverdient dritter Platz mein orangeer Turbo hat sich nicht aufgeladen obwohl ich schon lang genug war na toll und dadurch wurde ich dadurch wurde ich jetzt um Platz 1 betrogen ja dritter Platz ist auch ok übrigens Kater war jetzt die Runde mal mit drin hab ich vergessen zu erwähnen sie war so vierter jemand ok ja wir fahren noch ein paar Runden und dann haben wir jetzt hier im Gebirgsfad da kann man schön mit Pilzen abkürzen aber ob hier ob ich hier den ersten kriege wahrscheinlich nicht aber hey bist du ja einmal zweiter einmal dritter sonst immer erster bis jetzt kann ich noch zufrieden sein oh Blade nicht so aggressiv hier Aua nicht so aggressiv sag dich kramt mich erstmal weg dann mit der roten aber ok vielleicht kriege ich jetzt ein paar Pilze das wäre schön komm Pilze ich bin jetzt mal ohne Hilfssteuerung das ist eine gute Idee Hilfssteuerung ist meistens eh hinderlich gar nicht ich wusste genau dass ich die Bahnhalter platzieren will so ein einzeln oh ja die Feuerbälle ey für neuntag für neuntag aber was war das für ne grüne die ist ja von oben auf mich drauf gefallen oh nein oh nein ne Digga warum jetzt wie will mich jetzt hier jeder treffen was soll denn das da und das ist doch nicht wahr ich muss doch nach vorne kommen oder vielleicht ist das jetzt der geheime Plan jetzt erstmal hinten bleiben und dann die letzte Runde ausnutzen mit schön vielen Pilzen wenn ich mal Pilze kriegen würde oh drei Pilze Haribo weg mit dir ach geht dran vorbei ja super danke Game das ist mir mein Pilz Klaus ich wollte ihn grad einsetzen oh das ist blaue sehr gut aber auch ne rote nein warum kriegen die immer rote in dem Moment immer wenn ich vor dem bin kriegen die ne rote hey Kata Kata wurde schon wieder wurde mein Item geklaut danke Blade für den einen Pilz drei Pilze komm ah jetzt wurde mein Item geklaut was soll denn das jetzt hab ich einmal ein gutes Item sorry Kata wo ist dein nein ich wurde von allen Koninkwienes du hast von hinten getroffen dann bin ich runtergefallen perfekt was soll denn das jetzt hier für ein Schrott Item nein Blade man ja jetzt kommt noch ne rote an natürlich schon wieder Haribo Lux ist der 90.000er rausgeflogen oh nein das war ich Simon ich hasse dich stimmt ich war gerade am abkürzen mitten auf der Wiese mitten auf der Wiese mitten auf der Wiese war ich am abkürzen hatte nur einen Sternsor aber den hatte ich noch nicht eingesetzt und jetzt bitte einmal überholen nein sechster Platz ich hab keine ahnung wie viel Minus das gibt ich glaube das geht das geht die Runde war jetzt wirklich sinnbildlich für Itempech ich hier keinen roten selten Pilze wenn ich mal Pilze habe kommt ein Blitz oder sonst was oder ein Buhu und die anderen andauernd ihre rote dann schön immer auf mich ja jetzt jetzt wird es Zeit wieder besser zu laufen gucken wir mal erstmal hier ein schönes Item vielleicht auch irgendwie ein gutes Item ja guck mal eine Banane zum Abwehren ist schon mal gut ja die brauchte ich auch okay gut zu wissen da vorne sind Blade und Kata Kata schießt eine rote ab was sehr sehr schön ist jetzt ist Kata gerade noch vor mir ich hatte nur eine Münze ich versuch den Schwurm Shortcut zu nehmen natürlich kam da gerade wieder eine rote aber dieses Mal Hup Kata Kata oh das war klar naja ok gut ey das ist doch nicht wahr dass da jetzt diese grüne ankommt jetzt bin ich sehnte ich ich dachte ganz kurz du wolltest sagen meine die Banane vor dem Doppel-Item recht ich dachte ganz kurz dass du das sagen wolltest ne den Trick kenn ich ja inzwischen schon mach ich ja auch immer mit der Banane jay bin ich glaube ich besser ohne das oh endlich mal gute Items hier einmal für Simon ich wurde nicht getroffen das ist doch nicht wahr bei mir wurde sie getroffen ne wurde ich nicht oh nein ich habe einen riesigen Fehler gemacht er bin dritter vielleicht schaffe ich es sogar nein nein machen wir nicht komm zweiter nein das ist doch nicht wahr danke für den Boost das ist doch nicht wahr bin oben gelandet ich drifte zweiter cooli nice da kommt ne blaue nein ja perfekt über dem Wasser hinwegfliegen Uster dann freu ich noch guter Einzel aus Schwammlampen aber sie ich mit einer Piranierpflanze und der da vor mir kriegt natürlich drei Pilze ist ja klar komm weg mit dir dritter Platz sehr schön nein keine rote natürlich schon wieder Haribolux immer kriegt Haribolux diese rote und schießt mich dann ab so ein vierter Platz da kommt n Quli finde ich nicht schön hat hatten cool okay und noch drei pils natürlich aber es ist alles so es ist alles so was kriegst du will als die grüne und rote ist klar ist klar natürlich jetzt weiter ist was ist das für ein betrug mal ganz ehrlich was ist das für ein betrug das ist doch ein betrug ich habe das doppel item gegeben bild in der zweiten runde bekommen eine bombe 24 jahre geil und ich bin ja als weiter so zum abschluss jetzt hier nochmal rainbow road von ario kart 7 sehr sehr schön und der part hat verdammt gut angefangen jetzt hat so ein bisschen geschwächtet gerade also das war ja jetzt mehr als pech bis um geht ich mir als war ja schon er betrug als pech eben aber jetzt wird es noch mal zeit vielleicht ein bisschen power zu geben kata schon mal so ein bisschen ausgeschaltet bled ist runtergefallen sie ist nicht runtergefallen okay denn drücken ich war hier runter der internet switch online halt das ist halt nicht hier runter aber auch schade gut ist eine abschlussstrecke daher kann die auch schnell vorbei das ist doch nicht wahr der blitz ich hatte eine bombe für dich ich hatte ich wollte noch nicht das erste loch auch mal nur das ist weiß ich ob das gut ist ich war kurzzeitig im zweiter aber ich war jetzt so lange genug erst mal wieder da kommt eine rote noch okay ich wollte mir das seit dem längst holen und ich habe sie hier bekommen so ja jetzt würde ich jetzt würde ich rüppel werdet also du hast wahrscheinlich gewonnen also dann krieg ich jetzt rüppel werdet on my own bei blue erreicht sich nicht mehr kaum gesagt okay die bombe hat sich nicht erreicht schade ja ich habe die dritte rote ein bisschen zu früh geworfen ja das hast du die ist bei mir noch wegen unverwundbarkeit abgebreitet ja ich dachte es ein guter gutes timing aber ich habe besser zu früh ich habe mir einen platz halt holen können und konnte durch den blutbad die bush streifen nicht sehen ja jetzt noch mal ein guter abschluss zum ende aber ich bin trotzdem mit der leistung heute zufrieden wir haben die 19.400 wie gesagt geknackt und dann können wir beim nächsten mal weiter gucken wie es dann so weiter läuft von daher bedanke ich mich bei allen die mit dabei gefahren sind die mit gefahren sind bei kater blade und simon und ja wir sehen uns dann bei joshis island island aber ich muss rausgehen bis nächstes mal und tschüss 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 tschüss